Hallo Obi, hallo Sophie, herzlich willkommen zum Zimmer-Duell. Danke. Erste Frage, wer ist zuerst am Buffet? Nächste Frage, wer ist vor den Spielen nervöser? Und? Me? Du bist so fast! Ich weiß nicht, ich denke, ich bin Mervid, aber ich denke, du bist. Ich bin manchmal nervös, aber... Oh, damn, Daniel! Damn, Daniel! Ich dachte, wir würden uns kennen, aber nach zwei Fragen, ich dachte schon, nein, wir nicht. Okay, weiter geht's. Wer würde einen Boxkampf gewinnen? Aha, safe. Und? Du? Ja! Gut, 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 gut. Ich denke, ich werde wegwerfen. Keine Angst, keine Angst. Wer verbringt mehr Zeit auf Social Media? Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, für sicher. Nicht viel, aber mehr als jung. Was? Nicht viel. Du bist immer auf TikTok. Ja, okay. Wer ist fauler von euch beiden? Ja, sicher, Sophie. Be ehrlich. Be ehrlich. Okay, ich bin ehrlich. So, nächste Frage. Ja? Gut. Aber ich bin wirklich sehr traurig. Nein! Nein! Ich bin so früh in der Gym und so. Wir hatten zusammen in der Gym. Ja, aber du warst einfach da und du nichts machst. Ja, aber du hast da nur gespielt und du nichts machst. Hörst du das? Was? Hörst du das? Hörst du das? Hörst du es? Hörst du es? Wer ist die bessere Sängerin? Hörst du es? Muh? D Stell dir so weiter. Ja, für sicher. Ich bin so übrig. Ich erinnere mich 새 den einigen, als wir mit Ingrid und Friede waren. Und du samだから im Kársel. Ich bin so nahe. Kann ich eine Stück aus dir wiederholen? Kann ich das ändern? Kann ich das ändern? Kann ich das ändern? Kann ich das ändern? Platz. Ich klicke. Wer von euch würde auf einer einsamen Insel überleben? Wer von euch hat den besseren Style? Wer hat Angst im Dunkeln? Wer von euch ist schneller? Oh, that's hard. Because, like, you will live fast in the first meters, but I'm fast in a long way. I won't do this. I don't know, like, I think, I don't know. So, yeah, for you is Sophie? Yeah. 100%. Yeah, I think so. Okay. Next question. What did you say? I said like this. Oh. I don't know. That's typical for you. You can't make decisions. Can't go. We're getting personal here. Okay. Next one. Wer spielt aggressiver? That's easy. If he's an animal. Yeah. I can't control myself sometimes, so. Nah. Nah. You can't. You can't. It is what it is. Yeah, both are confident, you know? Huh? We're both confident players. We know what we can. Yeah. I mean, we have good technique, both of us, so. Yeah, both of us. With him. Thank you. You're welcome. You're welcome.